Überwiegend bei den Großeltern auf. Das Schicksal der Mutter habe dazu beigetragen, dass er Sozialdemokrat wurde, erzählt er. Eigentlich hätte sie das Zeug fürs Lyzeum gehabt, aber sein Opa habe auf der Zeche nicht genug Geld verdient. Also durfte sie nur zur Handelsschule gehen, musste Bürokauffrau werden. Obwohl sie sehr begabt gewesen sei, als er die Modezeichnungen gesehen habe, die sie als junge Frau malte, seien ihm fast die Tränen gekommen. Daher weiß ich, wie wichtig gebührenfreie Bildung ist. Er selbst macht als erster in seiner Familie Abitur, studiert Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaften. Jemand, der den Laden gut kennt, schon mit 15 Jahren will er den Jusos beitreten, wird abgewiesen, weil er zu jung ist und kommt wieder. Er wird Jusos-Chef in Oberhausen, Stadtrat, Spad, Bezirksvorstand, NRW-Generalsekretär, Bundestagsabgeordneter und Bau- und Verkehrsminister in NRW. Es ist ein undankbares Ressort. Im bevölkerungsreichsten Bundesland sind die Staus länger als anderswo. Beim Abrufen von Infrastrukturgeldern vom Bund macht er zeitweise keine gute Figur. CDU und FDP schlachten das im NRW-Wahlkampf aus, es wird zu einem der größten Aufregerthemen. Im Landeskabinett gerät er oft mit den Grünen überkreuzt, die das Umwelt-Ressort führen. Polternd und mit offenem Visier trage er solche Auseinandersetzungen aus, heißt es über ihn. Aber nicht unfair, die Inhalte stünden an erster Stelle. Seine Bodenständigkeit gibt manchem in der Partei zurzeit den nötigen Halt. Wir brauchen jetzt jemanden, der den Laden hier gut kennt und weiß, wie die Partei tickt, sagt ein Mitglied der Führungsspitze. Das sehen allerdings längst nicht alle. So gerade die Jusos halten Groscheks Wahl für das falsche Signal. Einer Sache zu dienen, das sei für ihn wesentlicher Antrieb, sagen Vertraute über ihn. Als junger Mann verpflichtete er sich bei der Marine, diese Zeit habe ihn sehr geprägt. Tatsächlich war der in zweiter Ehe verheiratete Vater eines Sohnes und einer Adoptivtochter 2013 als Verteidigungsminister im Gespräch, bevor die CDU den Ministerposten für sich reklamierte. Genossen in Berlin sollen standhaft bleiben, das ist lange her. Mit ihrer Absage an eine neuerliche Große Koalition in Berlin haben sich die Sozialdemokraten auf ihre Oppositionsrolle festgelegt. Groschek weiß, dass eine Neuauflage der Großen Koalition die Suche der SPD nach einem neuen Profil sehr erschweren würde. In NRW räumte die Partei diese Option gleich nach der Wahl ab. Jetzt hoffe der Landesvorstand, dass die Genossen in Berlin standhaft bleiben, wenn die Jamaika-Verhandlungen scheitern. Würde die Bundespartei wie in alten Zeiten auf den NRW-Parteichef hören, wäre zumindest in diesem Punkt klar, wofür die SPD künftig steht. Quelle RP Werden Untertitelung des ZDF, 2020